So, moin moin, willkommen zurück beim Xbox von Twitch Stream mit Neverwinter, nach technischen Problemen sind wir wieder da mit Desperate, Zidmok und Kosa. Machen wir weiter, wir warten nur noch auf Desperate, der hat sich ein bisschen verlaufen und daher habt ihr eh nichts verpasst. Aber wenn wir uns hier auf die Instanz eintragen, dann, ja hier gibt es gleich noch ein Quest. Hä? Das müsstet ihr alle, habt ihr das alle? Achso, das Ding da, wo du da, ne ne, ja, dann quatsch mal mit der, nehmt mal das Quest an. Welches? Das ist oben, das Black Glade, Schlummer, Dingster, Boomster. Was im Black Lake schlummert. Ja genau. Kennt ihr Micky 9mm? Ne, oder? Dann nehme ich auch die Anfrage nicht an. Desperate ist jetzt offline. Extra dünnes, selbstklebendes WLAN-Kabel, na das wärs ja. Ah, da seid ihr. Ja genau. Guck mal hier, da kannst du ein Quest annehmen. So und jetzt melde ich uns mal noch für den Quest an. Jetzt müsste oben bei stehen in der Warteliste. Sie befinden sich in dieser Warteliste. Ja, okay. Warteliste. Genau. Ja. Ja, dann können wir jetzt in das andere Gebiet gehen und da weitermachen, so lange bis es uns noch einen findet. Sicher? Ja, das sucht doch jetzt. Okay, also zum Tomviertel. Tomviertel jetzt, genau. Hm, jetzt lache ich jetzt immer nicht mehr in der Warteliste. Auf Wartelisten weiteres reagieren. Oh, echt? Ja, 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 ja. Ja, super. Da, jetzt ist doch, 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 doch. Nächster, ja, genau. Ja, annehmen. Gruppe beitreten. Gruppe beitreten, ne? Genau. Ja. Alle annehmen. Sieht gut aus. Hat sich ja voll gelohnt. Das ging doch schnell. Aber irgendwie kann es sein, dass Spielton fehlt. Was? Spielton? Hä? Jetzt hat es mich aus dem Spiel kauen. Ja, das passt schon, Posa. So, machen wir los. Mich hat es aus dem Spiel kauen gerade eben. Echt? War gerade im Xbox-Menü. Toll. Ach, nö. Ja, dann warten wir auf dich. Ich hoffe, wir können das dem anderen hier vermitteln, dass wir warten sollen. Ja, ich glaube, der sieht, dass du offline bist. Dann komm mal wieder rein. Du guckst jetzt noch mal hin, gibst du auf und klaust Luke. Ne, abgelehnt. Wie fangt man hier nochmal chatten? Äh, unten auf dem Chat-Symbol. Ja schon klar, das fliegt jetzt hier gar nicht oder das. Geht mal raus? Leck, leck, herra, wird geladen. Ja, dann mach mal hin hier, weil der andere kämpft schon. Wir müssen mal hinterher. Komm mal hinterher. Ja, mich hat's rein. Was jetzt? Wir haben ein Lager entdeckt. Ja doch, ich bin bei euch, oder? Jo, dann gehen wir gleich ran. Ja, du bist in die Gruppe. Doch, ja stimmt, doch, ich bin bei euch. Nice. Ich bin da. Das ist sehr egoistisch. Sehr gemein von mir, sorry. Ich bin da. Es kann nicht mehr生fältig. Also mach wurs. Nein, ich bin da. Links ist es. Nichts ist es. Es gibt nicht gut. Nichts ist es zu beides. Ach was? Ich verteile eher Oh, den hier Oh, kann man warten Blue, 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 Blue Da ist noch ein Digger vom Schiff Hör doch Ah, der andere Pult hier noch mal Oh, jetzt zieht der hier Oh ne, Kosa, komm mal her, hilf mal mit Du bist der, der Meisten aushält Hier schnapp dir mal die Fücher, die ganzen Oh ja, ich bin gerade mit dem Großen. Der ist schon verbraucht. Was hat der eine gemacht? Hat er angelockt oder was? Schade. Bis hier ist man nicht so gut, aber... Auf der nächsten Stufe, hier achten. Dass das wohl keine Absprache mit dem einen ist. Ach, der sieht doch nett und freundlich aus. Ach, der sieht doch nett und freundlich aus. Na komm, du pußen mal. Servus. Jo. Erstmal die Kleinen. Ja. Ja. Ich bin gerade irgendwie... Ja, beim Großen. Ich bin gerade beim Bosch. Der schuldet den mal noch mit. Also man zieht den mal hin. Ja, der kommt rüber. Na ja, der muss irgendwo mit dem Scheiß wegdrücken. Ooooooh, diese Scheiß muss mit seinem Scheiß wegdrücken. Hehehehe. Er kommt! Jawoll! Nice! Kaputt! So, nimm! Ah, hier Truhe! Silber und 52 Kupfer. Ah, schön! Quest abgeschlossen. Anzeigetafel. Vierter bin ich bloß. Na gut. Anzeigetafel. Der meiste Schaden, guck er an. Warte, hab ich den meisten Schaden verursacht du das? Ich hab den meisten Schaden verursacht. Ach ne, erlitten. Und der meiste Heilung. Meiste CP gehalten. Äh, ist der Feinde? Meisten Schaden ausgeteilter Tado, dann kam ich. Ich. Kann mir auch später rein. Ja. Naja. Moin Katze. Na ja, kommt halt drauf an, was du spielen willst. Würde ich mal sagen. Hä, du bist offline? Je nachdem, was du spielen willst, musst du mal ausprobieren die Klassen. Ich mein, so die ersten 10 Level hast du ja schnell gemacht hier. Musst du ein bisschen testen, was dir davon gefällt. Also ich find hier einen Kleriker, der macht mir echt Spaß. Äh, Feldwebel. Ach so, wir können nochmal ins Black Lake Viertel zurück hier, ne? Das Quest noch abgeben. Falls ihr da nicht seid. Ab ins Black Lake Viertel. Ich bin tanky, ich halt ne Meute aus. Ja, ach so. Okay. Das ist gut zu wissen. Heiler und tanky. Was will ich mehr? Und Schaden mache ich auch noch wie Sau. Wozu brauche ich euch noch? Sehr schön. Jetzt können wir rüber. Das Black Lake Viertel. Das ist ja Farben immer nicht. Jetzt können wir Turmviertel, ja. Geh mal hin. Wie bitte? Turmviertel, ja. Turmviertel, ja. Ne, weiß ich nicht. Hä, die kann ich dir gar nicht sagen, ob das... Realtime abhängig ist. Ich würde sagen, ne, wenn man jetzt hier nach oben guckt. Aber ich weiß auch nicht, wo die Server stehen. Kann sein, dass das, äh, danach geht, wo die Server stehen. Sind das? Ja, das müssen wir irgendwie... ...beschützen? Aufnehmen? Keine Ahnung. Ah, Problem mit Teintrittel abgeschlossen. Abschließen. Tag der Wächter abgeschlossen. Wache retten. Wache retten, annehmen. Folter beenden. So. Wachen retten, Folter beenden und Org-Kopfgeld müsstet ihr jetzt haben. Ne, Org-Kopfgeld standen nicht dran. Hier, hier, der Kopfgeld-Heini. Hier, Kopfgeld-Heini. Bist du denn schon wieder hingerannt? Hier. Oh, der. Ach so, der. Org-Kopfgeld, ja. Ah ne. Dynamisches Wetter? Ne, bezweifle ich. Dass es das hier gibt. Ne, glaub ich eher nicht. So, also von mir aus können wir. Aber Desperate fehlt noch. Aber ich kann eh noch Fertigkeiten verteilen. So, wo müssen wir hin? Jetzt da, da drüben, oder? Wo ist halt hin? Wir sind im Turmviertel schon. Nach Kräfte kann man schon wieder verteilen. Hm, 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 hm. Leisendes Licht. Das klingt doch gut. Wir sollten reden. Bald können wir Berufe erlernen, ey. Oh, Gott sei Dank. Also, Neroon hat es schon ein bisschen gespielt. Deshalb kannst du sie auch, äh, gut fragen. Warte, hier schon mal drin im Turm? Wo? Ne, da kann man auch rein. Da kann man, äh, es sieht aus, als wären hier Händler. Wenn man nach dem Ladebildschirm geht. Ja, hier ist ein Händler. Ja, nur davon. Oh, hier sind nur noch Quests drin. Ja, dann kommt man hier noch rein. Echt? Oh, ja. Perfekt. Laden, was gibt's denn zu kaufen? Ja, Heiltrink und sowas, das findet man alles. Quest annehmen. Aushilfsbedienung. Machsamer Waldläufer, bist du das, Zitmok? Na? Dann hab ich was für dich, Schuhe. Ach so, das ist hier drinnen ne Quest, oder? Was musst du hier machen? Äh, Schurke ist das jemand von uns? Ne, ne. Bierkrüge? Bierkrüge? Und jetzt muss, musst du dir ne Leute geben. Ey, das ist ja leicht. Noch ein Bierfahrzeug? Hier. Aha. Hier. Ah. Was ist das jetzt? Handel. Du musst den Leuten jetzt Bier geben. Haha, wie geil. Mach mal. Bist du auch viel gestanden? So. Äh. Kann ich das nochmal annehmen? Angebot machen. Kann ich mit X. Genau, ja. Und abschließen. Genau. Ja. Dank dir. Cool. Alter, was ist das für ein Feuer hier in der Mitte, ey? Boah, guck mal oben hin, ey. Da fallen irgendwelche Leichen runter. Aber da ist das für ein Feuer hier in der Mitte, ey. Alter, was geht denn ab? Hahaha. Was ist das denn? Hahaha. Alter. Hahaha. Und die sind hier gemütlich einen am Saufen, ne? Okay. Auslösen. Habe ich schon gemacht, da musst du überall hier in dem Raum, da schwingt, Bier abgeben. Das ist leicht, gibt 283 EP, hallo. Noch ein Bär, hier. Ja, da fliegen echt welche in den Hexenkessel. Auch noch ein Bär, hier. Ja, das ist jetzt wirklich nicht das schwere Test. Ach, schlocker verdiente EP. Okay. Das war's schon. Naja, macht ja nichts. Was wird da denn? Niemand hat euch Probleme bereitet, oder? Manchmal kann es hier sehr rau zu gehen. Wobei die Befragung lief, happen to the fly. Was? Nix. 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 In Black Lake. Nehh, nicht im Ding, im … Juu ethic. Uuuuuh. Am Startzentrum. Ich glaub das war ein Quest, ja genau. Ich glaub das war ein Quest, ja genau. Ja, ich geh mal raus hier. Jo. Mario. Jao Rosse Belli die Mobi hier so spannend Machen wir los hier bzw habt ihr alle Quests angenommen? Ja ich habe alle Quests angefangen, wo rennt dort schon wieder? Ja dann, wir machen mal los hier Na ja Ich lade Quests an der ja Ähm, Desperate, wo ist der? Ähm Ist ihn gar nicht angezeigt, oder? Ne, doch, doch Der ist auch irgendwo Irgendwo, ja Aber ich seh ihn hier gar nicht auf der Map Desperate Uh, ich lege ihn jetzt Hä? 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 Rosa mach doch mal langsam, du rennst schon wieder vor, du Lappen Mann Das ist nicht normal Jetzt da ist er, alles klar Jo, da kommt er Der war noch im Haus drin Ja, ist komisch nur, dass es dann einen dann hier anzeigt, oder? So Wo bist du denn jetzt schon wieder hingeraten? Hier oben Ich warte hier davor Mann, Mann, Mann Mann, 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 Mann Kann man hier Ohrfeigen verteilen? Nein Schade So, wo sind jetzt hier Gegner? Da Fass, Cosa, fass Mach sie doch Schade 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 Ja, ja Ja, ja Chosa, komm her Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm Ich komm, ich komm Achte doch Oh, yes Oh, yes Einmal Hier die Kiste kann man aufmachen Platz druhe Hier, hier stehen Sehr schön jemand sollte mal ein buch m ORPG Deutsch gibt's bestimmt schon, würde ich mal vermuten gibt es mit sicherheit schon jetzt da gerade was warte mal auf zitmerk hier jetzt hängt bei mir was jetzt los an jetzt geht nur du kannst ja übersetzen aber so sehr mit fachbegriffen werfen jetzt gar nicht um und so oder so geht los oh da hinten ist eine gefangene wache die wir befreien müssen die haben eine gute richtung die kalt jeder da seid hilfe müssen die frauen schon die typen retten naja frau ich weiß das hier im körper da ist wieder einer hier aber bei bei sagt karen das ist doch soll das war es anders ah ja das muss man sich aber auch das geschlecht ändern in dem sarkophag Wenn du da in dem Nimbus da bist, da unten, da kannst du das Geschlecht ändern, im Sarkophag. Ja, ich weiß, das habe ich mitgekriegt. Das habe ich damals nicht verstanden, aber ich am Anfang, wenn ich einen Teil gemäht habe, da war ich plötzlich eine Frau mit irgendwie so... Und dann hast du dich gewundert, gell? Warum nicht eine Frau, ey? Ja, das ist passiert, wenn man es nicht weiß. Es gibt sogar im ersten Teil schon, aber ganz versteckt. Die wenigsten Soul-Spieler wissen, das ist eine Wache. So, wir müssen jetzt irgendwo noch einen töten. Na, hier sind wir noch. Jawohl. So, aber Wache befreien. Jawohl. Wir müssen noch viel Pfeile insignieren hoch. Hm, ich guck mal, wo das Beste ist. Ah, da drüben ist noch eine Wache. Hm, kann ich gar nicht auswählen, den Weg. Na, wir haben schon alle Wachen. Na, dann gehen wir erstmal zurück und lassen und geben das Beste ab. Warum kann meiner nicht flühen? Ja, das Spiel ist gut, das lohnt sich, Katze. Also, ich finde es gut. Wir kennen das hier halt alles schon, weil wir das in der Beta schon alles gezockt haben. Deshalb ist das jetzt für uns nicht so viel Neues. Und ich sag mal so, für Nuller kann man sich das locker runterladen und zocken. Klar, mal ausprobieren. Wenn es einem nicht gefällt, dann... Ich hätte sogar ein 20er gezahlt, also so wäre es auch nicht gewesen. Es gibt keine Nachteile. Nö, eben. Höchstens, dass deine Zadde ein bisschen voll wird, aber... Ja, gut. Oder, Alex, hättest du kein 20er gezahlt für das Game, wenn es je was gekostet hätte? Nö, nö, nicht unbedingt. Ich hätte es zumindest schon mal so kostenlos antesten wollen. Verlorene Nachden. Geil. Ein Held erwacht. Sehr schön. Attributpunkte, nice. Oh, Spezial-Quest habe ich jetzt. Herrschaft, P2, P2, ja. Talente, Charakter-Bogen. Uh, was ist das? Talente. Äh, Aktionspunkte bei Verwenden aller Heilfähigkeit, Heilung durch Weisheit, maximale Treffer-Punkte. Ja, Heilung war, werde ich da wohl mal. Will den schon ein bisschen das Heide spielen. Auf der Suche nach Beschäftigung. Hä? Hat es das gar nicht gezeichnet, oder was? Jetzt. Ups. Kräfte. Was habe ich noch mehr? Charakter-Bogen. Göttlichkeit kanalisieren. Stimmt, das kann ich jetzt auch. Stärke, Geschick. Stärke. Passt doch. Passt doch, Siegel. Habe ich noch gar nicht so eingesetzt, die in der Tat? Ja, geht doch. So, mach mal gleich nächstes. Ja. Verlorene Gedöns hier. Verlorene Nachricht an das. Moment, ich kann da noch was. Wenn du mir sagst, wo das hingeht, das zeigt sich nicht an. Hier, wenn man Stufe 10 hat, kann man Attribute verteilen. Okay. Haben wir doch gemacht gerade. Ja, dann will ich natürlich noch ein bisschen Weisheit. So, ich kann immer nur eins. Na gut, dann will ich natürlich Weisheit. Karos mal bestätigen. Jawoll. Und hier? Yep. Jo. Moin Legolas. Wo seid ihr? 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 Da seid ihr? Das ist wirklich wie so ein Hund. Wo bist du? Ist doch eh nicht. Wo bist du? Aha. Da bist du ja wieder. Oh, hast du leckerli. Oh, fein. Was ist denn das hier? Wo? Oh, Ball. Oh. Muss ihn holen. Muss ihn holen. Oh. Wo ist ein Ball? Katze. 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 Muss die Katze fangen. Katze. Katze. Gewölbe. Oh, siehst. Oh Mann, ey. Aua. Jo. Ui, da ist sie da. Wo lang jetzt? Da drüben, gell? Ja. Na, hier so in dem Gebiet. Verlorene Nachricht aus der Kuriertasche. Irgendwo hier musst du es sein. Ah, hier. Hier ist doch. Passt perfekt. Ah, ja, genau hier. Okay, gleich das nächste Quest machen. Oh, da ist wieder was. Das ist auch gleich noch mal. Belken irgendwie. Kann ja irgendwann mal nützlich sein. Lass mal einfach hier ein bisschen rumlaufen. Da findet man sicher irgendwo noch... Hier ist noch ein Quest. Direkt hier steht einer. Oh. Oh ja. Euer Käfer. Okay. Wohin? Links, rechts, links, rechts. Der Marder hinterher. Da hast du hier Jaina gekauft mit Loon bei Heroes of Thorns. Nice. Aber seh, lass dich. Sie sind sehr heiß. Ah, ich hab nen Rüsselkäfer. Schon mal einen. Ach so. Das sind die Dinger hier. Das war der Quatsch, wo wir damals hatten. Ja. Ja, ist ja. Was war das mit den Käfer? Weiß noch. Ja. Oh, unidentizierter Gegenstand. Erholung. Ah, das ist nix für mich. Mach ich Gier. Oh, da oben ist ein dicker Ort. Oh, Elite. Uh, uh, uh. Mega. Ne, ne, mich. So, jetzt müssen wir wieder so n' Käfer. Hier vorne. Ja, die... Ah, hier ist die Hinse, genau. Hier ist wieder einer. Gilden. Wo ist noch einer? Ah, hier ist noch welche. Hier. Die spawnen ja immer wieder. Ja, ja, na klar. Bist denn du ab da. Gegen so'n 12er Kämpfen. Ah, hier ist wieder einer. Hier ist noch ein. Ja, da kommen wir zu uns runter hier. Wenn du da oben gegen die allein kämpfst, können wir hier unten legen. Ja, das ist schon vorbei, bis der wieder kommt. Aber was sind das hier? Lila Kisten. Bedarf. Äh, was? Glaubenskleriker, oi, das ist was für mich, da mach ich Bedarf. Das ist Gier. Und das ist auch Gier. Oh, was ist denn das? Tyrannische Schatzlade. Alter, lila Gegenstand. Oh, hier, ja. Was ist denn das? So ne Truhe. Oder was das ist? Tyrannische Schatz. Nice. Das hat man damals nicht. Diese Kiste enthält, der Handelsbahn, zu einem folgenden Gegenstand. Diese Kiste enthält Gegenstand der Tyrann, die Schwarzkiste, der Lurno, Vertapfer aller Helden. Ach, ach. Ähm, Bedarf. Ring, ja, da machen wir alle Bedarf, würde ich sagen. Ring ist ja für alle was. Wo seid denn hier schon wieder, ihr zwei? Hier drüben. Ich bin mit dem Desperate hier. Ah, bei dir. Ganz weit weg sind die. Das ist wieder so ein Elite, der... Hier ist so ein Käfer. Die Schatzladen sind nur mit Cashshop-Items. Ach so, ah, okay. Das ist blöd, blöd. Hier geht's irgendwie, zeigt das Ding hier rein. Oh, hier. Zidmok hat vielleicht mal einige angelockt. Ja. Dann halte ich ihm mal wieder den Rücken frei. So wie sonst. So muss es sein. Unten lang geht's. Hier ist so ein dicker Elite. Ich bin scharfen, oder? Ich meine, gibt's schon ordentlich Schaden, oder? Cool. Kann ich auch nicht so beurteilen. Okay, jetzt hier. Ich bin da immer so geizig, was den Gramm angeht. Ich hatte auch jetzt noch nicht das Gefühl, es wäre nötig. Äh, Schubbjörn. Na, jetzt kommt aber langsam hier der Loop bei dem Gegner. Ja. Die ganze Zeit, was grün ist. Du, was grün ist, ist wahrscheinlich dann gar nicht legendär. Nee, grün ist... Nicht so wie bei Diablo, Z-Pack oder so. Nee. Grün, blau und lila ist noch ein seltenes. Uh, Trank war da mit dabei. Und Geld. Und wieder Gegner. Und wieder was Grünes. Wow. Edge meiner. Ich hab schon alle. Taktischer Magier. Oh, das ist was für Desperate. Es macht eigentlich das meiste Spaß, an solchen Spielen den geilen Loot zu sammeln hier. Looten und leveln. Eben, ja. Looten und leveln. Das ist die Religion. Looten und leveln. Looten und leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. Ja. Jetzt spielt da einen auf 3. Trott, die schlechter Grafik ist für mich noch ein guter Spiel. Looten und leveln. Hahahaha. Ein Klassiker. Ah ja, ist mir gut. Uh, ich hab hier einen Geheimgang. Alter, du schwer her. Ich bin schon hier wieder, Cosa. Hier war ein Geheimgang. Du bist schon hier wieder, Cosa. Du bist gerade an der Wand. Du bist gerade an der Wand wieder. Mach mal langsam, wir sind hier ganz woanders. Dann nehme ich halt mal einen Drang. So. Einen kleinen. Ich hab hier gerade einen Geheimschalter mit einer Geheimtür. Dein Heilstrahl. Wo hab ich denn den Heilstrahl? Hab ich den schon? Jetzt geht's wieder zu. Warum geht's jetzt zu? Heilstrahl? Ja, guck mal hier. Schalter. Ich hab gerade draufgedrückt und er macht's auf. Ja, warte. Warte doch mal ab, wir sind noch gar nicht bei dir. Was sind denn du? Ja. Da ist ein Gegner. Ui. Ich muss mich morgen in Ruhe, oder wenn ich mal Zeit habe, mal in Ruhe hinsetzen und die ganzen Fähigkeiten hier durchlesen. Das geht natürlich jetzt nicht so. Ja genau, das ist klein. Jawohl, eine Silber und 70 Kupfermünzen. Sehr schön. Jetzt sind's hier raus, auch da. Da wollen wir mal rein. Ruhe holt ihr auch mal eine One, oder? Ruhe, die hat es auf die Fähigkeit schon raus. Das ist schade, dass es nicht plattformübergreifend ist, dass jetzt hier PC-Spieler mitzocken könnten. Das wäre natürlich geil. Rast in Dusche wieder hin, Cosa. Äh, zum Quest abgeben. Na ja, warte doch mal ab, wir sind noch gar nicht so weit. Wir brauchen noch Käfer. Du hast schon wieder alle weggesammelt hier. Andy hat mich zur Party eingeladen. Oh, hier ist schon wieder so eine komische Kiste. Taktischer Magier. Hier müssen doch irgendwo noch mal solche blöden Käfer sein. Die Käfer sind da hinten, warte, ich kann's dir zeigen. Ja, das zeigt dir auch den Weg, wir sind hier falsch, hier sind keine Käfer. Ah, hier ist das, genau, das hab ich gesucht. Aber, das kann man hier nicht abgeben. Ich glaub, die Quest müssen wir woanders abgeben, wenn wir was fertig haben, aber hier vorne müssen wir irgendwo die, die, die Käfer noch sein. Hm? Wie viel brauchst du noch? Hier drüben, komm mit. Tierquälerei. Krieg dich zu den Käfern hin. Ja, ja, die sind nach vorne. Ja, hier ist auch wieder, da oben. Da hinten oben. Ich töte die da hinten unten, ist gleich einer. Gut, ich weiß nicht, dass du gleich hinter mir bist. Sonst hätte ich ja sagen können, da hier unten, da ist gleich einer. So, jetzt hier. Da unten ist einer. So, ich bau noch einen dann. Morte, irgendwo hier auch noch einer. Jo, mach's gut, Katze. Hier unten ist einer. Da. Bei mir. Ja, du bist wieder der Treppe. Na ja, da muss man aber zurücklaufen. Die spawnen ja wieder, denke ich. Oder da links ist auch noch einer. Na, einer. Hier ist nochmal einer. Jo, ich brauch jetzt keinen mehr. Ich hab alle. Hier fehlt noch einer. Hier fehlt noch einer. Ja, dann komm mit, dann hier oben. Hier oben bei mir. Da ist direkt, glaube ich, wieder einer. Ich bin hier da hinten unten. Aua, ich bin toll. Da liegt einer. Der Stool, hast du alles? Ja, ich hab alle. Nein, mehr fehlt da auch keiner. Hier bei mir ist noch einer. Aua, ich könnte hier eh helfen. Oh, nein. Habt ihr alle? Wo ist das? Äh, hier. Nee, das hat keiner. Vernichtender Hexenmeister. Ja, das ist natürlich keiner von uns. Moin Darkwing, moin moin. Dein Chat geht wieder. Zwei Wochen lang ging er nicht. Ich hab dich schon ein paar Mal hier gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Okay, jetzt. Ich hab mich gewundert, wieso du nie was geschrieben hast. Okay, dann können wir jetzt abgeben. Äh, Vielfalt in Siegung brauchen wir. Nicht, das hat auch noch gesinnt. Wir lassen hier ein bisschen weiter oben die Gegner brauchen. Da können wir mal noch hin. Ja, genau, da brauche ich auch drei Stück noch. Da können wir mal gleich noch hin. Glaubenskleriker, nehme ich doch. Das sind hier, müssen hier oben die Viecher sein. Hier, der dicke Ork zum Beispiel. Mann. Oh, nee, ich hab da echt keinen Sinn. Je nachdem, wer die meisten sammelt, der guckt dann am Ende, ähm, da in die Viecher und so ein Stück. Nee, die lassen sowas nicht fallen. Doch, doch, die lassen sowas fallen. Hier oben die vor allem. Ich hab da vorhin hier gesammelt. Hier die. Die. Äh? Oh, wie viel grünes Zeug, ey. Ey, ohne Witz. Noch mal was für mich. Hahaha. 98 geworfen. Alter, Schwede. Ah, hier oben sind welche. 98. Ach, lieber Mann. Der Gohauf Twitch, was ist denn hier? Was ist denn hier ein Bitch? Die haben wir abkacken oder was? Das ist ja nichts Neues, Frau. Ey, da war nichts dabei. Oh, 14 hier. Hier sollten wir nicht weitergehen. Das ist krass. Ja, ich bin hier. Ah, da müssen wir da unten weitergucken. Ah, da drüben sind glaube ich, oder? Voll. Ah, Hilfe! Hier kommt noch so ein Level 14, vier auf mich. Okay, das sieht nicht alles aus. Also ich hab jetzt alle Insignien. Ich nicht. Bei mir lassen sie echt nichts fallen. Ich hab's noch zwei gesammelt jetzt. Ist das ein Quest? Ähm. Kann ich gar nicht sagen, wie das Ding heißt. Zeig ich mir gar nicht mehr an. Moment mal. Äh, was? Du hast ein Quest gefunden? Ja. Ja, erhoben. Ach ja, guck mal, hier leuchtet was. Buch erforschen. Ruten Stäbe stecken. Oh ja. Cool. Rute holen, Stab holen, stecken. Ich brauche immer nur zwei von diesen komischen Insignien. Ja. Ich brauche immer nur zwei von diesen komischen Insignien. Oh, was ist denn das? Was blaues? Alter. Das ist bestimmt Handwerk, ja. Oh, ich gehe. Äh, so. Ich muss aber jetzt Schluss machen. Also ich gehe jetzt zurück zum Lager. Und... Ich gebe jetzt die Quests noch ab. Beziehungsweise, nee, ich logge jetzt hier aus, weil... Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hinkomme. Oder ja, wir können dann noch zusammen zum Lager. Ich weiß nicht, ob ihr auch... Ob ihr noch weitermacht, oder ob ihr auch... Nein, nee, ich mache dann auch Schluss. Ich mache dann auch Schluss. Also wir können morgen gerne weitermachen, wenn ihr braucht. Können wir mal machen. Alter, das gibt es ja nicht, was für Cosa hier. Hm. Sehr nice. Aber macht auf jeden Fall Spaß das Ding. Ich meine, wir haben jetzt wie lang? Also zurück zum Lager. Also zurück zum Lager. Level 10. Kleine Lager, die Lager. Level 11 gleich. Oh, Desperate ist schon ein paar blind. Alter, wir hatten die ganzen mitgezogen. So, Quest abgeben. Ja, wenn wir hinkommen, ne? Einfach durchlaufen, man schön. Wenn du weißt, wo wir hinlaufen müssen. Ja. Einfach durchlaufen, sagt er, und meckle die Gegner. Ja, dann zu Tilo auf einmal. Oh, Level 11. Boah, oi. Durchlaufen. Das ist was für Zidmark. Ah, da hoch geht's, hier lang. Ja, das ist das. Um die Kräfte in einer Leiste anzupassen. Aha, in einem Lager. Da durch. Wir können hier auch einfach geradeaus rennen. Ja, das ist doch nicht hier hin, sondern gleich. Ne, wenn ihr mich durchgangen wollt. Aber, halt. Komm mal zurück, hier. Zidmark wird gerade böse verprügelt. Zidmark, komm mal her. Ich werde hier nie so gemacht. Komm uns entgegen. Äh, warte, ja, hier auch. Alter, nicht zurückrennen einfach blind. Sonst kriegst du hier ganz böse aufs Maul. So viel kann ich nicht heilen. Ja. Halt euch, halt euch, halt euch. Nein. Alles so unlaut. So, jetzt. So, dafür gab's nochmal schön Loot. Hier. Alter Schwede. Boah. Symbol. Mach mal dir. So, hier hinten hoch. Hier mit. Hier könnt ihr mitkommen. Da hinten ist das Ding. Hab schon wieder Prost. Aber, wir folgen dir. Bis zum Schluss. Ah je. So, hier ist das Lager. Und da sind auch noch neue Quests. Der Helm, tot, bereit zu helfen. Sehr gut. Nacht weiter. Laut der von euch geborgenen Nachricht des Toten Kuriers sind die Orks nicht das einzige Problem hier. Das Toten. So, noch was. Wir müssen reden. Na, eigenes. Mit Astral-Diomaten könnt ihr Talentpunkte neu verteilen. Ach so. Hab ich sowas gebucht? Hab ich das gekriegt? Nee. Oh, Level 11. Ah, aber noch einiges zum Identifizieren hab ich hier. Ha, ich bin fast Level 12 schon wieder. Haha. Aber gut, ich log jetzt aus. Mehr Erholung, weniger Kraft. Ich glaub, das dürfte für mich besser sein. Ich muss mich aber noch in Ruhe mit beschäftigen. 21 Lebensanzug. Ach shit, Level nicht hoch genug. Level nicht hoch genug. Gut, auch nix. Fischer Treffer, Holung weniger. Oh je, die Rüstung ist ja geil. Fordert Stufe 12. Ach komm. Hm. Oh. Alles klar. Auch noch nicht. Oh, die Kiste. Ah. Nice. Alles klar. Ja, gut. Ich mach auch Schluss. Das hat Spaß gemacht. Gehen wir wieder. Morgen. Gegen 19 Uhr, denk ich mal, wieder. Vorher, ja, schaff ich nicht. Jo, jo. Ich denke, man sieht sich ja nicht dran. Können wir, wenn ihr Bock habt, gerne noch eine Runde weitermachen. Können wir machen. Eigentlich hab ich Zeit, ja. Alles klar. Ja, dann, äh, vielen Dank fürs Zugucken. Morgen, äh, 19 Uhr, nochmal eine Runde Neverwinter. Äh, am Donnerstag auch was. Vielleicht Bloodborne, vielleicht Evolve, vielleicht das hier. Vielleicht Heroes of the Storm, vielleicht auch Pokémon. Oder sowas. Keine Ahnung. Mal sehen. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao. Alles klar. Bis bald. Eure gute Nacht. Ciao. 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 Helden-Tot erwartet uns.